hey servus leute ich darf euch mal begrüßen hier in tschechien ich bin genau gesagt ich bin der niger zu diesem chap das seht ihr hier am bahnhof und dj mischt dann natürlich wieder unter heute mal im ausland heute rocken wir mal ein bisschen die tschechische republik und das faszinierende ehrlichste was ich hier so finde an diesem zug was das war schon mal leider nicht mehr gibt was ich leider ein manko finde gibt es nur noch großabteilwagen in tschechien gibt es noch wunderbare einzelabteilwagen mit saubequemen sitzen damit kann locker mal so drei vier hundert kilometer quer durchs land fahren ohne dass man irgendwann mal keiner das an die beine wehtun oder der arsch wehtut ja das ist halt mal das noch schöne einzelabteilwagen die sind noch vom vb görlitz in der ddr gebaut worden ja unser zug fährt jetzt los standesgemäß völlig vorne eine knüdelpresse dran und das coolste ist wir haben eine lokführer richtig geile tschechische lokführer so das lichtausgange und ja wie ihr seht fahren wir jetzt gerade mal so das seht ihr so tschechien tschechische staatsbahn hier steht hier fährt hier steht ein ein sogenannte regio shark ja und das erste halle das war ja heute wie gesagt ich bin short carrosa sev gefahren von schöndenk nach czeb auf das erste denken so ok 15 meter carrosa überland bus nach gut ich war eingestiegen total schäbig die karre lief irgendwie schon kare gott volle so in dem bus und ich mein der busfahrer ist nicht gerade langsam fahren auf der deutschen seite war er noch ziemlich human und kaum waren wir auf der tschechischen seite ist er wie landstraße 120 gebrettet und die tschechischen landstraße störe sind sie nicht so wie bei uns da ist jedes loch ein treffer und mit 120 mit dem dreiachse war sehr interessant und ich saß vorne auf der achse also mich hat es ziemlich rumgekaut also ich war danach definitiv wach das zweite halle des tages ist wie gesagt jetzt hier einzelabschallwagen fahren zur guten alten zeit vermisst es bei deutschen wahren hier gibt es noch und ja hier ist starten möchte noch alle viel spaß heute und ja man schiebt sich so den nächsten